servus glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren fc bayern talk diesmal zum heimspiel gegen eintracht frankfurt ja weiß nicht wie es euch geht viel licht wenig schatten so könnte man es vielleicht beschreiben anfangsphase so die ersten zehn minuten oder erste vierte stunde war nicht gut haben uns schwer getan die frankfurt hat mit dem ein bisschen mut mitgebracht hochgepresst und so weiter in früh angelaufen da kamen wir nicht so wirklich gut mit klar wie ich fand dann nach so einer viertelstunde hat frankfurt eingestellt warum auch immer ich kann es euch nicht sagen auf jeden fall kam er dann so ein bisschen besser ins spiel und ja aber wie ich jetzt gelesen habe offensiv feuerwerk vom fc bayern und so weiter also es war viel stück werk vorne auch muss man ganz klar sagen gerade zweite halbzeit war viel viel fehlpässe ja was auch ein bisschen an den außen lag oder in meiner meinung generell an den außen die waren total ausfall alle beide perisic und command command war gar nichts noch weniger wie perisic gefühlt hat der command nicht ein dribbling gewonnen nicht ein nicht ein pass zum zum mitspieler gekriegt war immer ein bisschen unentschlossen hat dann zu lange gewartet hat gezögert und so weiter hat mir gar nicht gefallen ja ja kam er kommt oder kommt aus einer verletzung und so weiter deswegen muss man ein bisschen rücksicht drüber nehmen genauso wie perisic perisic hat sich aber wenigstens so ein bisschen bemüht also dann klar war er dann auch zu eigensinnig wollte dann irgendwie auch ein tor machen hätte zweimal spielen können genau wie command halt ja kann man dann irgendwo verstehen ich meine die merken ja selber dass die leistung so semi ist und so ein tor reißt es dann raus ein bisschen selbstvertrauen und sowas aber die beiden waren für mich command war für mich note sechs leute das tut mir echt leid ich mag ihn super gerne aber wenn man da objektiv ist war es eine sechs oder perisic war vielleicht eine vier minus das war ein total ausfall schönen gruß an icke wo der kimmich war für mich der beste man am platz dass ich das mal sage aber war er einfach in meinen augen war auch der einzige der wirklich so richtig präsent war wie ich fand ansonsten davis davis war auch sehr präsent hat ja auch nicht umsonst das tor gemacht ansonsten pava war wieder überragend wie ich fand egal ob defensiv oder offensiv denke er hat ganz gutes mittelmaß gefunden da verstehe ich auch nicht ganz so die diskussion dass wir unbedingt einen rechtsverteidiger brauchen also wie ich finde macht er das macht er das immer durchschnittlich mindestens und hat dann halt auch ja meistens aufsteigende tendenz sag ich mal haben dass es eher besser ist wie schlechter und ich denke mal wenn man den einfach man ja gibt auf der posi denke ich schon dass er ja er ist jetzt kein davis der irgendwie die 100 meter in gefühl zwei sekunden läuft für mich ist es so ein lahm typ der lahm war jetzt auch nicht so der schnellste klar war jetzt ja auch nicht langsam ist der paar war ja auch nicht dann muss ja auch nichts vormachen ist halt mehr so der vorlagengeber in meinen augen so ein bisschen ja keine ahnung bin gespannt wie gesagt ich sehe da nicht unbedingt dass die oder diese diesen drucken rechtsverteidiger zu kaufen wie gesagt da kann man talent nehmen entweder aus den eigenen reihen oder man kauft halt irgendwie einen jungen spieler für kleines geld der sich vielleicht dahinter entwickelt aber ansonsten sehe ich das da nicht unbedingt ja ansonsten spiel ja wie ich schon sagte komisches spiel irgendwie sehr durchwachsen dass wir da zwei tore nach ecken kriegen oder lächerlich also das erste war ja schon war schon ein witz dass alle stehen und gucken was macht er jetzt er schießt ihn einfach mal rein ja und das zweite war halt ja war auch ein witz also kann er da so frei sein ich weiß ja ich glaube der levy trifft den ball nicht springt noch unten drunter durch oder sowas ja aber den da muss halt einer am mann sein da war ja gar keine am mann also lächerlich hat das gesamtbild ein bisschen getrügt obwohl ich sagen musste ich persönlich hatte jetzt auch nicht das gefühl dass irgendwie nach einem 3 zu 2 man jetzt sagen wird aber jetzt wird es aber eng jetzt kommen die frankfurter und machen noch ein 3 3 oder sowas das gefühl hatte ich gar nicht das hat uns aber ein bisschen wach gerüttelt wir haben noch ein bisschen mehr gemacht ich hatte halt zeitweise so das gefühl so dass die jungs schon irgendwo so oh ja jetzt jetzt ist 3 0 jetzt fahren wir mal runter wir müssen ja dienstag gegen dortmund spielen so hatte ich schon das gefühl und dann kriegst du halt zwei so dumme dinge dann sind sie noch mal ein bisschen wach geworden ja das war so mein eindruck vom spiel ansonsten müller fand ich auch sehr gut mittig ich weiß auch nicht ich hoffe er stellt ihn nicht nur mal nach außen das hat einfach keinen sinn das war wieder so ein klassischer müller obwohl man auch schon gemerkt er hat sich auch ein bisschen geschont dann so eine zweite halbzeit erste halbzeit war er noch sehr präsent zweite halbzeit war auch so ein bisschen schongang angesagt kuretzka ja hat mir ein bisschen besser gefallen man hat ihn mal gesehen auf dem platz im gegensatz zum letzten spiel hat er auch das tor gemacht ja aber generell hat man ihn halt einfach ein bisschen mehr gesehen also er hat auch da mal ein bisschen was nach hinten gemacht und so ja ansonsten würde ich sagen gehen wir mal kurz rein in die statistiken die wieder völlig overpowered sind 65 prozent ball bis 66 prozent ball besitzt 34 frankfurt v 10 7 2 kämpfe 51 49 wie man sieht alles so sehr ausgeglichen außer ball besitzt schüsse insgesamt 23 12 keine ahnung oder wirklich nie durch schüsse aufs tor 10 4 aufs tor ja wenn ich da zurückdenke irgendwie perisic zweimal da so ein so ein rückpass gespielt wenn man es als torschuss zählt weil sie es auch nicht alle ecken 82 flanken 17 14 ja man sieht die frankfurter ein bisschen was versucht zwischendrin auch zweiter halbzeit haben die gute phase gehabt danach der ecke und so ein bisschen gas gegeben aber es war nie so das gefühl so ja die sind jetzt so super gefährlich wie man es mal hatte gegen frankfurt war diesmal gar nicht wie ich fand schüsse gesamt perisic fünf wer wie gesagt davon waren vier definitiv rückpass mäßig levy 4 kemich 3 naja kemich hat auch es war auf jeden fall keine keine rückpässe aber sieht man halt dass man zurück erinnert was alles als torschuss zählt gewonnene zweikämpfe koretzka 10 davis 8,7 wo hat der koman in sieben zweikämpfe gewonnen hat ja fragt mich nicht nur also dribbling mäßig war er für mich eine katastrophe nach vorne hin ich habe die sieben zweikämpfe nicht nicht auf dem radar gerade koretzka sagte ich ja war ein bisschen präsenter davis ist eigentlich immer mit in dieser statistik drin hat auch wieder sehr gut gestern gespielt wie ich fand voll worden interessiert uns nicht wirklich torschuss vorlagen komon 6 kemich 5 müller 4 alle leute jetzt ernsthaft schreibt sie in die kommentare wenn ich den kommentar als einzigster so schlecht gesehen habe ich meine die statistiken da ist er ja ganz weit vorne was da los also für mich war das eine 6 der kommentar also ich habe nicht ein dribbling gesehen was er gewonnen hat nicht einen nicht ein pass der mal ankam mit sogar hier sechs torschluss vorlagen gegeben haben oder was weil da keine ahnung wohl wurde die die werte oder ich habe es verpeilt ich meine ich bin zwischendurch mal anfang der zweiten halbzeit bin ich eingeschlafen fünf minuten also in der halbzeit pause vielleicht hat er da so gute fünf minuten wenn denn ja schreibt sie mir in die kommentare leute ich habe es nicht gesehen gemisch war für mich bernstark fünf vorlagen müller wie gesagt auch sehr präsent erste halbzeit zweiter halbzeit war auch noch immer so was der der wenigstens noch versucht hat zu pressen so irgendwie haben die mitspieler gefehlt weil das war beim command generell so der hat einfach der war immer zu spät wenn die vordere reihe gepresst hat der müller der levi sind angerannt wie die bekloppten der perisic auch mal ja und der command ja ich komme dann jetzt auch mal und dann war schon wieder alles zu spät also das war war nichts wie ich fand ballkontakte 108 alabar 106 kimmich ist auch nichts neues und 98 davis ist auch nichts neues ist auch oft genug da drin ja das sind die werte leute sieht nach einer klaren nummer aus war auch eine klare nummer wie gesagt diese beiden ecken da innerhalb hier sieht es ja innerhalb von drei minuten da war ein witz da müssen wir uns ja nichts vormachen ansonsten gefährlich war von frankfurt gar nichts wie gesagt in dieser phase dann hatten sie ja noch mal diese eine chance die der neuer ganz gut gehalten hatte aber ansonsten war von frankfurt ja nichts zu sehen irgendwie also ich hatte wie schon sagte zumindest nie das gefühl dass da irgendwie ein aufbauen kommt und die uns irgendwie gefährlich werden können gut kommen wir mal zu meinen noten neuer ist war für mich eine zwei dieser hat zweimal gut gehalten einmal ist er nicht rausgekommen was so gar nicht seine art ist aber insgesamt würde ich sagen zwei und bei den beiden ecken ja bei der ersten sache vielleicht nicht ganz so gut aus damit seiner noch so ja vielleicht doch nicht aber hätte auch nichts machen können die alle beiden ecken da konnte nichts machen davis war für mich definitiv eine zwei nicht nur wegen dem tor war bären stark wieder also alaba war für mich eine 3 war durchschnittsmäßig bohateng war auch okay war für mich auch eine drei war war definitiv ohne zwei war sehr stark hat sehr viel geackert perisic sagte ich schon vier minus ja ich meine er hat sich noch bemüht aber dann auch immer zu eigensinnig also hätte er mal zweimal oder mindestens einmal auch levy abgelegt ja ich meine man kann es verstehen halt wenn du aus der verletzung kommst du möchtest ein bisschen was zeigen gerade wenn du es nicht stammspieler bist und so gut auch noch nicht gekauft ist noch keinen neuen vertrag und so weiter logisch kann man schon verstehen kuretzka ja würde ich auch eine drei sagen wie gesagt ein bisschen abgetaucht zwischendrin fand ich ich finde er muss noch ein bisschen daran arbeiten dass auch 90 minuten präsent ist so wie es der kim ich war zum beispiel also kim ich war für mich eine zwei definitiv bester mann auf dem platz also wie ich noch eine zwei mit sternchen geben dass ich ein bisschen von der abhebt war super präsent ja war überall hat war vorne aktiv war hinten stark ist nicht ganz so viel rum geirrt wie er sonst manchmal macht wenn er mit gespielt dann rennt er ja auf einmal nach rechts wieder hinten hin und nach hast du nicht gesehen das war diesmal nicht für mich wie gesagt bären starke leistung bester mann auf dem platz aber man muss ihn dafür nicht mögen ja dicke aber auch nur meine meinung kommen war für mich eine 6 aller auch wenn die werte da sagen er war ein guter zweikämpfer hat vorlagen gegeben habe ich nicht gesehen oder war mir nicht ja vielleicht habe ich eine verkehrte wahrnehmung wie gesagt schreibt sie die kommentare müller müller war für mich aufgrund der ersten halbzeit auch eine 2 mit zwei videos einmal levi ja levi waren in drei jetzt nichts weil es keine gala vorstellung sonst was ganz levi auch immer eine 2 geben weil er macht ihm jeden spiel sein tor wenn es danach geht aber jetzt auf levi standard gemessen war es was durchschnittlich also eine 3 knabry ich denke mal die kann man auch noch bewerten war eine 6 leute wenn ich reinkomme in der 64 minute alter und dann da rumtrabe ja als wäre ich doch nur ein duck alter kriege ich einen arsch wieder nicht nach hinten um nach hinten zu laufen oder sonst was er hat einmal einen sprint nach vorne weil nach vorne kann er ja sprinten da war so eine halb chance ansonsten 6 fertig aber da muss man nicht drum herum reden es war es ein trauerspiel wenn ich 25 minuten reinkomme ich weiß wie spielen die tag gegen dortmund und ich meine ich möchte da gerne in der startelf stehen ja dann muss ich mir doch den arsch aufreisen 25 minuten lang alle und nicht da rumtraben und mehr rumstehen wie alles andere junge also hernlandes ja keine ahnung ja nicht groß positiv nicht groß negativ ja eine szene hinten hat er gut gerettet gehabt von daher lassen wir mal irgendwie drei bis vier stehen weil sie auch nicht habe mich auch noch nicht wirklich überzeugt sie können wir gar nicht mehr bewerten die fünf genau wie kussong wo kussong dass sie derzeit wenigstens gesehen aber da hast du gesehen das sind ein wechselspieler der der will mehr halt einfach der kam auf platze hat es gleich geackert gleich in die zweikämpfe rein ist nach vorne gerannt ist nach hinten gerannt hat einen ball gefordert das war halt gar nicht beim knabry 0 alter und er hat die chance bei 25 minuten ja habe ich nicht verstanden wie gesagt die einstellung hat mir super gefallen von dem von dem jungen und mal gucken ob er vielleicht noch mal bei uns ja ob er sich vielleicht doch noch durchsetzt irgendwie oder der flick ein bisschen auf ihn setzt oder was jetzt in der halbe davon fünf minuten davor irgendwie da paar minuten hinzu beurteilen geht auch nicht aber wie gesagt er hat auf jeden fall die einstellung gehabt hat gleich gas gegeben hat gefordert gemacht getan was mir ja beim knabry einfach gefehlt hat weiß ich auch nicht ich der knabry und ich werden einfach keine freunde mehr das ist einfach so der so große spieler hat er irgendwie immer bock aber irgendwie keine ahnung wenn er dann so reinkommt und es steht 42 oder aber ich weiß gar nicht das stand schon 42 ja genau stand 42 da hat er keinen bock mehr da denkt er sich ja wir haben eh gewonnen mache ich eier schaukeln oder was keine ahnung ist nämlich halt so die verkehrte einstellung ja ansonsten ja im großen ganzen war ich zufrieden ihr kennt das ich bin immer so ein bisschen kritischer mit meiner mit meinen jungs hier beim command habe ich vielleicht eine verzerrte wahrnehmung keiner ich mag den command super sehr also ich bin command-fan vielleicht bin ich da ein bisschen kritischer die werte haben mich da jetzt gerade wirklich überrascht die ich da gelesen habe aber wie gesagt für mich war das nichts ja ansonsten war ich zufrieden mit dem spiel ja es war ein bisschen schwer der anfang so reinzukommen und so weiter ja aber ich habe wie gesagt alles was ich vom command gesehen habe war so kam der ball vorne zum command war der angriff gelaufen er konnte sich nicht durchsetzen die pässe ja waren auch nicht wirklich irgendwie zumindest mit gefährlichen zonen kamen waren die pässe irgendwie alle bescheiden da kam kam keine an da beim perisic dasselbe ja aber wie gesagt es ist halt so deswegen sind die leute ja nicht schlecht kommen beide aus einer verletzung raus und es ist gerade mal das zweite spiel und corona scheiße und so weiter von daher ja alles gut was die jungs machen das wird schon besser werden jetzt dienstag gegen dortmund dann samstag wo ist wo ich oder was oder was war das ne dysseldorfer ja gut das hotel selbstläufer sein zu hause wieder 18 30 alles zum kotzen ich hasse das soll das immer 18 30 das ist immer der ganze samstag gelaufen stehe das nicht hier nur 18 30 18 30 18 30 dann 15 30 gegen leverkusen das spieler ok ist ich denke keine uhrzeit bei dann schon wieder 18 30 20 30 alt und dann noch mal zweimal 15 30 lächerlich aber gut wir spielen immerhin ja wie gesagt große große fazit würde ich sagen durchschnittliche leistung mit tendenz nach oben gegen union war richtig schwach deswegen war es jetzt eine gute steigerung und wenn wir uns jetzt noch mal steigern um diese prozente denke dann sind wir auch auf dem limit wo wir mit den dortmundern mithalten können ich bin gespannt auf das spiel dortmunder spiel habe ich nicht gesehen ich habe nur die ergebnisse gesehen da sieht es ja so aus als werden sie sehr stark rein gestartet von daher wird es interessanter spiel prognose ich habe gar keine leute unentschieden wäre ich schon mit zufrieden dann bleibt bei fünf punkten sollten wir dann irgendwie nach hause schaukeln denke ich wenn wir verlieren wird es definitiv eng wir werden sehen bin gespannt es ist spannend vielleicht ist nach dem spiel nicht mehr spannend wenn wir gewinnen sollen ist das ding gelaufen denke ich aber wenn es unentschieden wird es ist es trotzdem noch spannend ich meine wir noch leverkusen wir haben noch gladbach tun wir uns immer schwer gegen gladbach in leverkusen haben uns die letzten jahre auch nicht gerade mit ruhm bekleckert dann letzte spiel da haben wir noch in wolfsburg wo wir auch schon ein paar komische geschichten erlebt haben also ja es ist noch einiges drin bin gespannt gut ansonsten noch mal zur corona geschichte ja schwierig alle schwierig schwierig ich meine es war gut dass ein bisschen pfeffer so von den spielern drin war aber ja ganz schwierig leute so ohne stimmung ja irgendwo gut dass er wirklich am letzten video schon sagt dass der ball rollt dass man ein bisschen wieder was zu gucken hat und so weiter ja aber sehr schwierig so ohne ohne komplett ohne stimmung ich meine wir haben jetzt noch nicht den mega jetzt gegen dortmund bin ich gespannt aber das spiel ist sonst immer so ein absoluter highlight im jahr und gerade auch in dortmund und jetzt wird da nichts von nichts von rüber kommen ich bin gespannt leute ich kann mich da immer noch nicht mit anfreunden so wirklich naja gut ich muss gucken dienstag 18 30 ja ich habe frühstück also nach dem spiel kann ich nichts mehr aufnehmen mittwoch wahrscheinlich auch nicht dann wäre nämlich donnerstag den bayern talk auf zum dortmund spiel ich sag mal je nach je nach ergebnis wenn wir irgendwie gewinnen sollen kann ich vielleicht auch noch mal einen kurzen talk dahinter noch eben kurz aufnehmen bevor ich schlafen gehe aber ansonsten zur not das kommende wochenende dann beide spiele als dortmund spielen lasst du für das düsseldorf spiel in diesem sinne rot weiße grüße gehen raus an alle und drückt uns allen oder lasst uns zusammen die daumen drücken fürs dortmund spiel und wie gesagt wichtig haut mir mal eure meinung zu kumor rein und zum kimmich diesen sinne haut rein bis dann ciao